In Zeiten der Klimadebatte sollen Menschen vermehrt öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Doch die Branche hat Probleme. Längst bekannt ist, es fehlt an Lokführern. Und ohne die ist das Bahnfahren schwer. Und trotz Kampagnen und großen Anstrengungen. Allein in Nordrhein-Westfalen kommen auf 100 offenen Lokführerstellen nur 23 Bewerber. Die Problematik entschärfen sollen Geflüchtete. Dazu bietet die Deutsche Bahn einen achtwöchigen Vorbereitungskurs an. Hier erhalten die Teilnehmer einen berufsbezogenen Deutschunterricht. Außerdem wird ihnen das Wichtigste für die Ausbildung zum Lokführer beigebracht. Sie können ihre Grundkenntnisse in Mathe, Technik und Naturwissenschaften auffrischen und werden dabei von Sozialpädagogen und erfahrenen Trainern begleitet. Das Modellprojekt soll im besten Fall in einer Ausbildung münden und am Ende einige neue Lokführer hervorbringen. Das Modellprojekt soll die Ausbildung zu bekommen.